um das durch welcher Karte auf welcher dass er die Karten auf dem Bildschirm groß wird das ist der ganze Film oder größer machen man die Karten Kruse machen als er auf dem Bildschirm das sind nur die Karten Prozent neun ist es nicht Blümmer ist durch hat das ist zu tun um laut R das andere ja ich weiß was er okay das ist was ist das auch wir sagen wir suchen raus schon mal ein erbieren rein und dann wenn es ganz am Ende bist du musst du raus ich brauche eine Wüste oder einen Kaktus zumindest ich brauche einen Kaktus da ist irgendwie Eis Eis ist nicht so gut Skelette ist auch nicht gerade viel besser Schweinchen Kuh Wolf brauche ich nicht ich brauche euer Fleisch Hühnchen naja Hühnchen ist sehr giftig wenn man es nicht Braten Gebraten so aber in meinen Dings mit mein Tüter ich sehe nicht Konieck ein Schaar ein Schäfchen sogar drei Schäfe Drei Schäfe drei Schäfe Schafe ist die Mehrzahl oh Agripa Agripa ich hoffe ich finde jetzt schnell eine Wüste sonst die sind halt ganz geizig die Schafe die geben nur eine Wolle her mit der Schere ja die sind wirklich geizig und der Hund isst sie mal braver Hund so Katze immer schön brav aufessen das ist nur Sumpf Sumpf ich brauche einen einzigen Kaktus da ist zwar Sand aber das ist die Küste der Strand würde ich mal sagen da ist sie nicht und da ist ein fatter Baum drei mal drei was ist das für ein Baum es dürfte der Rubber Tree Baum sein das ist ein so fett der riesige der nicht verbrennt und sehr viele Monstern das Spawnen ermöglicht dann wird er gleich ab wo soll ich hinlaufen wo soll ich ich brauche eine Wüste Kuh wo sagen wir wo die Wüste ist Rapperwut ja dann ist es wenn du das in der ähm in den Crafting Inventar Crafting Dings gibt es dann kommt da nicht normales Holz raus sondern die Sticks und zwar 8 glaube ich 8 Sticks 8 oder 4 aber ich glaube 8 also es ist viel weniger wert das ist das normale Holz ja jetzt muss ich erst wieder in die Richtung ich will das doch gar nicht okay wie geht's dir Mumu wie geht's dir ich könnte mir eigentlich ja auch sowas machen aus Pilzen eine Pilzsuppe nämlich das tolle auch an dem Philosophenstein ist wenn man wenn man C drückt hat man ein Crafting Bench sozusagen im Inventar hm wieso ist mein Home von der Overworld weg puh keine Ahnung soll ich mir verlaufen da bin ich überfragt oh mein Gott da ist ja viel Öl das könnten wir später nutzen für die Combustion engines also für die äh normalen Motoren die ähm ja eigentlich die schnellsten die besten ja hier sind sie die Cerebro trees fetten Dinger wie ich die gehasst habe auf meiner anderen Welt ein Wahnsinn ich brauche eine Wüste ich brauche eine Wüste ich brauche keinen Dschungel ich brauche sonst auch nichts ich brauche eine Wüste 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 warum ist hier wohl so ein Lichtpack hm okay hier fehlt auch ein Stück also hier dürfte der Enderman gewackelt haben aber ich bin auch wir sind auf einer verdammten Insel die keinen einzigen Kaktus hat ich brauche aber Kaktus sonst kann ich äh eigentlich nichts wirkliches anfangen das was ich vorhabe okay hier ist glaube ich wirklich aus 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 es kann es ja nicht sein dass du nur mehr ist ich will nicht darüber fahren ich kann wieder ewig fahren und dann ist erst wieder keine Wüste da so muss ich es doch machen ähm ja hier ist es ein Boot Hammerpot zum mitnehmen bitte so los gehts wenn du okay hier ist einmal eine Mini Insel ich befürchte diese Folge wird ziemlich ja sehr zum einschlafen sein joa was könnte ich könnte ich irgendwas erzählen ja ähm Wenn wir mal das geschafft haben, das heißt Cactus Green, machen wir einen Energy Collector, der benötigt 6 Mal Clustern oder 6 oder mehr Clustern, einen Diamantenblock, heißt 9 Diamanten und 9. Ja. Und warum bist du jetzt geflogen? Ah ja, ich bin auswärts geschmissen. Und dein Server hat nur zwei Striche. Warum hat man selber nur zwei Striche? Das hat er sonst noch nie gehabt. Schlechte Connection vielleicht. Das kann es nicht sein. Unglaublich. Ja, mein Bot wird kaputt, weil ich... Warum komme ich... Was ist jetzt los? Da war irgendwas... Irgend so ein Bug. Der hat mein Bot zerstört, mein schönes Bot. Jetzt bin ich irgendwo in Nirgendwo und hab keinen Cactus. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach eine Wüste mal dahinter zu zaubern. Bitte. Bitte, liebes Minecraft. Beziehungsweise Techit. Ich dürfte sagen, das rendert ja eigentlich Techit. Mach mir. Eine Wüste. Hey, das ist eine Wüste. Yeah, eine Wüste. Uh. Nach... Keine Ahnung, wie lang? Hum. Wie lang nehmen wir eigentlich schon aus? Keine Ahnung. Ich glaub seit... 18, 20... Also fast eine Stunde. Oh, hier ist auch Öl. 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 Äh, Ö. Das ist ja eine Topzeit. Ja. Eine Spitzenzeit für das, dass wir bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich, bis auf das Transmutationstablet. Und ganz oft gestorben sein. Und ein bisschen gestorben sein. Ja, hier Ölzeit rein. Oh. Hier sieht man, das geht ziemlich tief runter. Wirklich ziemlich tief. Also wenn man sowas anfindet, das reicht schon mal für ein bisschen. Damit kann man schon mal, keine Ahnung, eine mittelgroße Query ziemlich lang antreiben. Natürlich, wenn man das, ähm, zwar umgewandelt hat, die, äh, in Treibstoff. Das Öl in Treibstoff. Man kann auch, man könnte es auch mit Treibstoff betreiben. Allerdings ist das dann nicht so effizient. Es geht langsamer und ist eben nicht so prickelnd. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Wir sind nämlich, äh, keine Ahnung, ich sehe es nicht mehr, also sehr weit weg. Speed. Komm schon, bewegt dich, bewegt dich. Oh, Eisen. Warum ich kein Speedboard? Bssst. Oh, das war schlecht, das war ganz schlecht. Ja, ja, ja. Home ist 680 Meter entfernt. Yeah, nur mehr 600 Meter. Naja, okay. Mit dem Boot geht es hier relativ schnell, im Gegensatz zum Laufen. Hier geht es wenigstens immer schon gerade aus. Was ist das da unten? Was ist das da unten? Na, wer weiß, wer weiß. Kann man während dem Boot von essen? Ja. Äh, ja. Ja. 400 noch mehr, 400. Wir sind jetzt innerhalb von einer Minute, keine Ahnung, es sind eine Minute, äh, 400 Meter gefahren, also das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Tick, 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 tick. Ich würde sagen, zwei, Moment, du müsstest auf die Seiten schauen, naja, zwei, drei, vier? Vier Meter pro Sekunde? Hm. Ja. Äh. Topfbild. Genau. Eisen. Ja, und es für euch genau rein ist auch klar. Genau, in so einen Scheiß. Bam, psst. Könnte ich euch auch mitnehmen. Sollte nochmal auch funktionieren. Und das habe ich auch garantiert noch nicht in den, in den, in den Transmutationstabläckchen reinnehmen. Mo, du musst sterben. Mo. Inksack, könnte man eigentlich auch nehmen. So, zwei Stück, das reicht. Hündchen, hallo. Hopp. Hier sieht man schon, man ist deutlich langsamer zu Fuß. Aber immerhin sehe ich schon den Vulkan, äh, Vulkan, äh, Asche. Gestein. Und ich werde angeschossen. Warum habe ich keinen Sound? Irgendwie. Aber nur sehr leise. Der war doch sonst nicht so leise. Äh, ja. Home ist nicht mehr weit entfernt und ich sehe nur Vulkan. Und Creeper ist doch klar. Creeper, ich hasse dich, Creeper. Creeperchen. Creeperchen ist nämlich die Mehrzahl von Creeper. Ja, Creeperchen. Ja, schön. Okay, da ist noch einer. Es ist nicht gut. Und, bumm. Rein da und zack. Ich könnte mal echt, hier, mehr Sound. Hallo, Creeper. Oh. Äh, ja, jetzt haben wir das da, was ich brauche. Das heißt, ich gebe Kaktus erstmal hier rein. Dann Inkzack. Und Lili-Pet. Das habe ich noch nie wirklich gelesen. Das gebe ich zu. I kann man auch reingeben. Äh, ja. Ihr seht, jetzt ist es schon ziemlich voll. Und jetzt haben wir eigentlich gar keine Koppelstorn mehr auf der Seite. Deswegen kann man in die Mütten was reinlegen und dann sucht es. Um den MC-Wert herum. Ticker. So. Äh, ja. Jetzt brauchen wir, genau. Wir brauchen... Okay, das wird sicher funktionieren, ja. Aus Kaktus. Machen wir auf jeden Fall einen Kaktus. Lassen wir übrig. Kaktus-Green. Wir brauchen nämlich nachher eine Kiste, wo nur ein Ding von jedem Zeugs drin ist, damit wir suchen können und verhandeln können. So, mal Kaktus-Green mit Kaktus-Green. Demn du dich auch hier rein. Das funktioniert auch noch. Äh, waterproof allerdings nicht mehr. So, jetzt machen wir Pipes. Pipes. Schöne Pipes. Pipes ist eigentlich immer das gleiche Rezept. Grundsätzlich. Aber vorher vielleicht noch was zum Essen. Ich verhungere ja schon fast. Und das hat nicht gereicht. Das ist schlecht. Und so, so jetzt auch nicht mehr. Egal. Könnt ihr auch reingelegen. Ja, hat nicht so viel Emz gehört. Okay. Äh, ja. Was denn... Was wollte ich jetzt machen? Leder. Man legt einfach alles rein, was man so sieht. Das da... Das dürfte nicht funktionieren. Nether-Rack. Haben wir denn schon drin gehabt? Ja, schön. Copper-Oar geht das auch? Nein. Ist das auf Matter eingestellt? Also, weiß nicht, was sonst wäre. Oh, pff. Haben wir hier voll. Das heißt, wir können den schön aufladen. Nicht ganz, aber ziemlich. Und was mir auch noch auffällt. Die... Das... Der Battery-Bag ist auch... Putsch. Gestorben. Äh, Pipes. Pipes. Was zum Besten. Ich kann nicht klar denken, wenn ich nichts volles... ...voll gesättigt bin. Und Salz. Den könnte ich auch noch so. Aber dann geht's wirklich los. Ähm... Noch mal Cupstone. Pipes. Ich hab keinen normalen Stein reingelegt. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. So. Zu meinem schönen Weg zur Höhle. Einen Weg, mein... Auf das hab ich gewartet. Bis du wieder einen Weg machst. Ja, es ist deutlich breiter geworden. Ja, schon besser. Es ist gleich viel besser. So, jetzt haben wir einen Stein. Da vorne hüpft ein Creeper. Ja, normal sind es zwei oder drei. Dann lassen wir jetzt rein. Ein Kaffeekränzchen. Ja, sicher. Immer. So, jetzt haben wir hier ein paar normale Steinchen. Kostet auch nur ein MC. Das ist sehr praktisch für ein Let's Play. Braucht man also nicht mehr so viel warten und Zeit investieren und und und. Jetzt hab ich das Ganze alles voll mit unnützen Zeug, das keiner braucht. Ich brauche Glas. Hier ist Glas.